Natürlich schön! Das trifft nicht nur auf den Welperwald in Vechta zu, sondern auch auf Svanche Wördemann. Vor allem wegen ihrer Sommersprossen ist das Model weltweit gefragt. Svanche wurde bereits im Teenager-Alter von einer Agentur aufgenommen. Die Vechtaerin kommt immer wieder gerne in ihre Heimat zurück, so wie zum Beispiel für ein Promenadeninterview mit uns bei Holla die Waldfee. Das komplette Interview und Fotos findet ihr in der neuen Ausgabe der Promenade.